hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt in dem heutigen videobeitrag da werde ich noch einmal detaillierter auf die aktuellen gold pläne der briggs staaten eingehen denn im zuge des diesjährigen briggs gipfels der in der letzten woche in russland stattgefunden hat da sind durchaus wichtige informationen zu diesem thema zu dem gold thema bekannt geworden aber bevor es losgeht lade ich an dieser stelle ganz herzlich dazu ein jetzt völlig kostenlos diesen youtube kanal hier zu abonnieren und auch die glocke zu aktivieren auf diese weise verpasst ihr kein zukünftiges video von mir und ich kann weiterhin absolut unabhängige inhalte mit euch teilen jetzt aber endlich zur sache und zunächst einmal rufen wir uns in erinnerung dass bereits auf dem briggs gipfeltreffen 2023 also im letzten jahr damals in oder seinerzeit in südafrika ja dass dort eine arbeitsgruppe gebildet wurde die insofern die machbarkeit eines goldstandards untersucht als eine goldgedeckte gemeinschaftswährung der briggs staaten die grundlage ist und woran hier gegenwärtig noch gearbeitet wird wie man sagen könnte ja das ist eine lösung für eine gemeinsame zentralbank eine briggs bank als gegenstück zu internationalem währungsfonds oder auch weltbank sozusagen denn noch noch werden die zentralbanken von russland und china jeweils staatlich kontrolliert was dann im sinne eines gemeinsamen goldstandards nicht wirklich funktionieren kann und genau hier liegt der hund begraben ja oder der panda bär je nachdem jedenfalls wurde im zuge jedenfalls wurde im zuge des diesjährigen briggs gipfels vom russischen finanzministerium offiziell bekannt gegeben dass es vorerst einen sogenannten mechanismus für den handel mit edelmetallen innerhalb der briggs länder geben wird was im prinzip einem briggs edelmetall handelsplatz entspricht ähnlich ja ähnlich wie es im westen mit dem london bullion market der fall ist also ein außerbörslicher handelsplatz für unter anderem gold und silber auf dem vorerst dann auch wohl nur die briggs staaten unter sich agieren werden der wesentliche punkt ist aber dass das russische finanzministerium hierbei auch von einer wichtigen regulierungsinstanz für edelmetallpreise spricht was dann ja doch eher einer edelmetallbörse entspricht und zwar einer edelmetallbörse die dem westen in anbetracht der enormen staatlichen goldreserven der briggs länder zunehmend den rang ablaufen wird denn ein gold oder silberpreis und das ist wichtig ja ein gold oder silberpreis der wenig bis gar nicht mit leer verkäufen gedrückt wird der lässt die entsprechenden preise durch die decke schießen ja gegenwärtig werden jedenfalls wie gesagt die metallpreis indikatoren festgelegt sowie standards für die produktion und den handel mit oder handel von edelmetallen und dergleichen mehr ja die ganzen formalitäten und voraussichtlich werden wir hierzu im rahmen des nächsten briggs gipfels 2025 dann in brasilien mehr erfahren ja es bleibt spannend und bis dahin werden sich die briggs staaten mit guten gründen auch weiterhin auf dem internationalen goldmarkt im westen bedienen ja indem sie dort selbst mit deutlichen preisaufschlägen immer noch relativ kostengünstig physisches gold kaufen und dann in den osten verlagern und warum sollte man aufhören die kuh zu melken solange es noch geht ja und das was hierbei unbedingt verstanden werden muss das ist die tatsache dass der goldpreis auch trotz der jüngsten rekordstände und vor dem hintergrund eines überkauften goldmarktes ja dass der aktuelle goldpreis trotz alledem noch deutlich unterbewertet ist nach meiner einschätzung auf grundlage der aktuell verfügbaren informationen ist jedenfalls schon mittelfristig eine zeitenwende beim gold zu erwarten beim goldpreis und beim gold im allgemeinen ja denn die briggs staaten die briggs staaten sind im goldfieber und sie meinen es ernst mit ihren plänen für einen goldstandard ja aber wie seht ihr denn das ganze schreibt jetzt gerne einen kommentar unter dieses video einstweilen alles wesentliche zu gold silber aber auch zu hier drei platin und palladium vier so als wertanlagen und natürlich auch zu den themen goldstandard und manipulationstechniken am goldmarkt das alles und noch vieles mehr das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem buch das abenteuer edelmetalle und wenn ihr allgemein noch mehr videos von mir sehen und ihr meine unabhängige arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt wie gesagt völlig kostenlos aber nicht umsonst diesen youtube kanal und falls ihr es noch nicht getan habt bis hierher dann lasst jetzt gerne einen daumen nach oben da und in jedem fall sehen wir uns dann sehr gerne im nächsten video wieder euch alles erdenklich gute eine tolle woche auf bald bis hier also bis hier alles bis jetzt bis jetzt bis jetzt